Der Driver ist auch für Anfänger ein sehr interessanter Schläger und ist es wirklich ein Schläger, den man ziemlich früh einsetzen kann. Zum Kauf eines Drivers. Manchmal kommen Schüler zu mir, die nicht lange Golf spielen. Sie freuen sich so sehr über ihren Driver Kauf und die haben auch ziemlich viel Geld ausgegeben dafür. Und dann zeigen sie mir den Driver und dann gucke ich auf Loft und da sehe ich 9,5 Grad zum Beispiel. Das ist wenig. Also etwas mehr Loft ist besser. Ich würde sagen für Herren 11 Grad circa und für Damen 13, 14 Grad. Am besten man holt einen Driver wo man den Loft verständen kann. Also von 9 bis 12 für die Herren und von 11 bis 14 für die Damen. Das ist wirklich zu zu empfehlen. So der Driver Schlag ist gar nicht so schwierig und es hat viel mit dem Driver Kopf zu tun. Der ist einfach riesig und den Ball zu verpassen ist eigentlich sehr sehr schwierig. Du wirst den Ball treffen. Er wird wahrscheinlich auch viel weiter fliegen aus den Eisen. Aber natürlich wollen wir auch, dass er gerade fliegt. So hier sind ein paar Tipps, ganz kurze Tipps, die dir helfen werden, Erfolg schon am Anfang mit dem Driver zu haben. Okay, so. Bereiter stehen bitte. Manchmal fühlt es sich komisch an so breit zu stehen. Aber wenn du dich also filmen lassen würdest, würdest du sehen, dass es gar nicht schlecht aussieht. So breiter stehen, breit aus die Schulter. Auch hier linke Fuß offen. Nächster Punkt. Guck mal, dass der Ball gegenüber der Ferse, der vorderen Ferse liegt. Und dann richte bitte wie immer den Schläger zum Ziel aus. Die Füße rechtwinklig. Die Hände bitte in der Mitte. Nicht vorne, weil der Ball vorne liegt. Die Hände bitte immer am Bauchnabel haben. Der Schaft ist dann ziemlich gerade oder sogar schräg weg vom Ziel. Und dann möchte ich, dass du folgendes tust, nachdem du den Stand eingenommen hast. Die hintere Schulter, also die rechte Schulter bei mir, kippt sie leicht nach unten. Die wird sowieso unten sein, weil du so breit stehst. Wenn ich das übertreibe, geht diese Seite tiefer und tiefer. Aber wir wollen auf jeden Fall die Seite tiefer haben, dass die Wirbelsäule leicht nach rechts neigt. Diese leicht schiefe Position ist wichtig, weil der Schläger hat so wenig Luft, um den Ball hoch zu bekommen. Wir müssen ihm leicht helfen, den Ball hoch zu bekommen, indem der Ball leicht in der Aufwärtsbewegung getroffen wird. Und ich sage leicht. 1-2 Grad. Nicht bitte so. Okay, so wenn ich die, wenn ich breite stehe und wenn ich die Schulter ein bisschen runter tue, habe ich eine schiefe Wirbelsäule. Von da musst du bitte wieder schauen, dass du einen langsamen vollen Rückschwung machst. Auf jeden Fall sollte der Rücken zum Ziel zeigen. Aber schau meinen Wirbelsäulewinkel, der ist immer noch wie er beim Stand war. Nicht so. Und auch beim Abschwingen, während ich den Abschwung wieder ruhig starte, ist die Wirbelsäuleposition gleich. Ich habe meinen Kopf nicht nach vorne geneigt. Und mache erst mal nur ein paar halbe Schwinge. Und die Idee ist, den Wirbelsäulewinkel so beizubehalten. Wo ist mein Gewicht? Mein Gewicht ist vorne. Aber meine Kopfposition ist geblieben. Wie hoch sollte man den Ball auftiehen? Tiehe den Ball so hoch auf, dass wenn du den Schläger aufsetzt, dass du die Hälfte des Balles sehen kannst. Die Driver sind alle unterschiedlich groß. So, das musst du einfach testen. Okay, so ich mache jetzt noch einen Schlag. Ich werde aber mein Schwungtempo langsam lassen. Beim Ausrollen und beim Abschwingen. So, Rücken zum Ziel. Langsam abschwingen. Bleib in der schiefen Wirbelsäuleposition. Und dann kann man den Ball nicht nur weit schlagen, sondern auch gerade.